Mega gut. Also ich find's mega witzig. Naja. Naja gut, dann fahren wir sie jetzt mal zu ihrem Mann, Mannequin, wie auch immer. Und dann sehen wir mal weiter würde ich sagen. Dann gehen wir hier rein. Und hier herum. Und wir sind da. Nein. Bleib. Und hier. Du solltest sie richtig machen, Mann. Ich werde, amigo. Ja, sonst... ... die andere Seite. Natürlich. Wie ich sehe die Dinge, du und ich und Michael sind jetzt Freunde. Wir sind gut Freunde. Wir sind so gut Freunde. Wir werden so gut Freunde, dass wir eine große Herausforderung machen, um uns zu vermeiden. Das ist perfekt. Danke Michael für diese Statue. Es ist exklusiv. Ja. Ja. Ja, ich werde. Ja. 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 Gut. Ich glaube mal schockierend das ist, da müsste man die Affen abschießen. Acht Stück zumindest. Ähm. Gut. Was jetzt? Das ist eine gute Frage. Jute Frage. Nächste Frage. Was haben wir denn hier? Barry? Oder hier Thiel? Fahren wir mal runter Richtung Barry, würde ich sagen. Sind denn nur zweieinhalb Kilometer? Boah. Ja, so machen wir das. Achja. Eigentlich die Mission ganz gut geschafft, würde ich mal sagen. Bis auf das Ende jetzt mit dem Helikopter. Aber... Ich hasse wirklich... Also ich hasse es mit dem Helikopter Punktlanden zu machen im Spiel. Mit dem Flugzeug ist das eigentlich gar kein Problem für mehr. Mit dem Flugzeug kriege ich es wirklich ohne Probleme hin. Um irgendwo Punkt zu landen. Aber... Das sind so... Ja. Sofern man eine ausreichende Wundebahn hat irgendwie. Auf jeden Fall... Ich weiß nicht. Ein Helikopter kriege ich es nicht hin. Aber ich finde die Heli-Steuerung in dem Spiel einfach zu schwammig. Sie ist besser als in San Andreas, aber trotzdem. Naja. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur zu sehr an. Wer weiß. Was? Was? Ich weiß. Wer hat mich gehört? Ich hab meinen Bruch. Das war die Heli-Experte. Help mich, Herr. Jetzt rausgebe ihn ohne ihn, Jals. Oh, mein Gott. Ja, so schreit... Glockenzeichen der Räume! Glockenzeichen Bürgerverhaftung oder so. So, 500 Euro. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, bringen wir die 500 Euro zurück oder lassen wir es? Hm, haben wir einen sozialen Tag oder beklauen wir den Dieb? Na, er wird sein, wir bringen es zurück. So assig sind wir dann wohl doch nicht. Hallo da! Er hat die Error seiner Wege gesehen. Wer sagt, Chivalry ist tot? Ich wünsche nur, dass mehr Menschen wie du heute waren. Was, die hat ja nur 90 Dollar dabei, willst du mich verarschen? Ich habe dir doch gerade eben 450 Dollar zurückgegeben. Spielelogik, na gut. Äh, wo wollten wir hin? Ach ja, zu B, zu Barry. Sehr gut. Ja, zöre Frage. Ja, zöre Frage. Ja, da, Barry. Ach, das war ja gleich in der Nähe. Und dann? Na dann, Prost Mahlzeit! Malzeit nicht unbedingt, aber... Malzeit nicht unbedingt, aber... Okay, was macht Trevor wieder? Au, au, au! Au, au, au. Na gut. Dann, äh... Oh, dann geben wir uns auch die Trönung mit Trevor. Was? Kann ich eine Signatur, Herr? Für was? Haha, der wichtigste Kampf allerlei. Poverty. Keine andere wichtigste Kampf. Die Aids. Keine andere. Keine andere. Anhaltung. Legalisierung. Hier, sign. Shit, wo ist meine PIN? Wo ist meine PIN? Legalisierung von was? Von Dingen, die Founding Fathers took als Recht. Für die Zähne. Für die Zähne. Verwärter. Verwärter. Ja. Verwärter. Ich schütze viel Geld, vor allem. Die letzte Sache, die ich kann es verwärter, ist Verwärter. Jetzt, verwärter. Geh ein Drang. Nein, ich... 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 nicht mehr verwärter. Interferiert mit der Speed. Es ist wirklich gut, Mim. Okay, gib es hier. Was die F*****? Was ist das? Das ist ein wirkliches, mitzündes, berührendes, das kommt von hier? Hm. Es sind die Klauern da oben da oben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, mit einem MG. Stop laughing at me! Oh, we're at the clown! This is the best, worst trip ever. I hate clowns! How many fucking clowns can you fit in the van? This is a joke with no punchline! I've gone through to the other side! I've had problems, but this is seriously fucked up! I think it looks like he has problems. Come on! What is this? Two for one now? What the fuck? Yeah! Who's laughing now? Spoke too soon. Headspin, not good. And I suppose that's why they want to keep us suppressed. Gosh, it's been really interesting talking to you. What the fuck was that, huh? It was horrible! Well, think about what I said! It's been really funny! It's been really funny! Trevor is on a trip! ja da muss ich doch jetzt irgendwie grinsen clowns hey ich habe jetzt gedacht es kommen wieder aliens aber nein es kommen clowns das war gut naja das war wirklich gut na gut schnappen wir uns die kiste hier das ist eine typische franklin kiste das ist auch der buffalo ja den hat franklin wo fahren wir denn am besten hin zu tief würde ich sagen oder bleibt uns da nichts anderes übrig jetzt wollen wir hier rüber ich würde aber sagen wir machen dann für heute erst mal vor trevors bude schluss wieder das war knapp ja das war wirklich ja wohl komm hilf mir hier noch mal die leuten nein euch helfe ich nicht so dann werden die beiden auch so weiter erledigt gut trevor hat heute nicht so den sozialen tag ja 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 es ist mir ich sollte nicht habe patricia mrs. madrasso hey sind wir trevor oh ja ja sicher patricia Ja, ich freue mich wirklich. Die Zeit zusammen ist sehr wichtig. Ich muss gehen. Ich freue mich schon! Wie? Was für dich hier machst du hier? Das ist eine lustige Weise, um zu begrüßen zu sein. Du bist mein G-dammit cousin, Trevor. Ich dachte, wir waren familiär. Bitte, einfach weg und verletzt jemand anderes zu Hause. Wer ist das denn, Florian? Nein, mein Lieber! Hey! By any chance, did you catch crabs at that conference? Ah! Floyd! Ich habe gehört, dass diese Konferenzen sind normalerweise ein F***fest. Kann ich in? Ich möchte, dass du jetzt weg bist. Oh, ja. Ein wirkliches gängige Corporate-Gang-Bang zu sein, richtig? Ja. Mit jeder Executive und Direktor der Kommunikation, von hier zu Bangalore, mit dem Namen von Team Training, richtig? Ich meine, das ist das, was Floyd mir gesagt hat, als er mich auf meine Penis war. Ich möchte, dass du jetzt weg bist! Schau! Das ist alles, was ich habe. Ich hatte eine schwierige Ausbildung. Mein Vater war nicht gut mit mir. Okay? Schau, Deborah, ich liebe dich, und ich liebe dich auch, Floyd. Warum nicht wir alle zusammen sind? Huh? Du kannst aufs Wochenende durchs Wochenende, du kannst aufs Wochenende, okay? Ich weiß, dass das nicht normal ist, aber in diesem crazy, crazy world, ist normal so gut? Huh? Look, Deborah! Floyd! Will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you! I've got a career! I don't need this! 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 Crap! Yes! There! You made me swear! You're crap, Floyd! Crap! You're not a man at all! Bob's right about you! Oh, who's Bob? I want both of you to go now! You and your weird friends! Whoa! Hey! My name is Trevor, sweetheart! I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this! I'm not! Bob taught me! Fuck Bob! You people are not very fucking nice! Oh, hey there, Trevor! Hey there, Wade! Did you meet Deborah? Interesting lady! I should probably go say hi! I wouldn't! Why not? Let's go get in the car! Alright! Let's go have the time of our lives! Oh, I know exactly where to take you! I could run in and get Floyd and Deborah! I know she seems kind of uptight but she can have fun! Mmm, no! I don't think she can, Wade! Just Floyd did? Floyd's gonna meet us there! Floyd's trip! Exactly! Oh, Trevor! Maybe you got all over yourself! You're all red! You got... You got syrup? Yeah! Syrup! Accidents! We've all been there! We sure have, but... But it don't taste like syrup! Don't taste me! Alright? Just... No licking! Okay! Hey! You remember when we met? Sure! Last year! I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Kush Tronick and... And you stopped in Sandy Shores to get lit! And you met a dealer and he looked after you! When your friends had abandoned you! That was weird, weren't it? The last time I saw them, it was with you, driving out to the... Driving out to the quarry, and then they just disappeared! Poof! Right? I mean, they were gone! Some friends, right? And now, cousin Deborah... Look! This is it! So, this is where Floyd is gonna meet us? Your strip club? Oh, yeah! That guy doesn't like him! He's a real homebody! He loves that apartment! Interestingly, you and me, we got a new home! Where? Here! Right here! Here? Here! Now, I know it's unconventional, but that's the way we roll, homie! Hey, you two! You two! I want you to give this boy a good time for a long time! Hey, gorgeous, gorgeous, gorgeous! Tell me where the manager is for this fine establishment! Through there, and take two doors to the right! Through there! To the right! Thank you! Amigo! Prepare to meet your new partner! Hey, Lester! Hey! Uh, Trevor just called about the, um, the big one, the, the UD. You know anything? Yeah! I told him we could hit it! You down? Of course I'm down! Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the vanilla unicorn gentleman's club! Alright! Message Franklin! Na gut! Feierabend bestanden! Mit Gold! Perfekt! Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier Fe... Ah! Feierabend! Haha! Bis zum nächsten Mal! Ciao, Leute! Ciao, Lars超! Ciao, Leute! T continua!